Sie suchen ein neues Gerät für die Gartenpflege? Dann denken Sie daran, in Sachen Qualität und Auswahl gibt es nur eins, John Deere. Nehmen Sie zum Beispiel den John Deere 9630 mit Klimaautomatik. Er pflügt einen durchschnittlichen Garten in nur 4,5 Sekunden. Oder Sie verzichten auf die Klimaanlage und nehmen einen platzsparenden John Deere X748. Zum Mähen bieten wir Ihnen die neuen C-Serie Mähdrescher ab 300.000 Euro. Sie und Ihre Nachbarn bevorzugen sicherlich eher einen John Deere Rasenmäher ab etwa 900 Euro. In Ihrem Garten machen alle unsere Kompakttraktoren eine gute Figur. Nachahmlich ist auch ein John Deere Forstvollernter. Er kann nicht nur Bäume bewegen, sondern schafft manchmal auch Platz. Falls es notwendig ist. Was auch immer Sie für Ihren Garten benötigen, sprechen Sie mit Ihrem John Deere Vertriebspartner. Er wird dafür sorgen, dass Sie bekommen, was Sie brauchen. Wenn Sie ihn lassen.